Okay... ...und ist nicht so ganz dramatisch gestaltet... ...bis jetzt. Niemand lässt mich bei einer Party hinterlassen. Prossa war es? Wenn du Gaiass' Henschwamin allgemein warst... ...dann hast du uns nach uns, seit wir Fenmont getötet haben. Al hat dich mit seiner Königin in Nea-Chera gekauft. Er war auf deinem Seite, das ganze Zeit. Nichts. Das Mann ist kein Mitglied. Huh? Ich werde unsere Beziehung mit deinem Imaginieren. All ich sage sage ist das... ...Al drifts von einem Grupp nach dem anderen, wie ein Schiff ohne Kompass. Ich versuche, dass er seine Kompass ist unmöglich ist. Es ist gut für ihn. Es ist klar, dass die Lanz von Kresnik... ... ist die größte Gefahr, wenn die Krieg zerbrechen. Es ist gut. Es ist sicher, dass Maxwell das wahrnimmt. Ihr Territorial-Schwabbeln ist kein Interesse für mich. Es ist gut. 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 Alter. Es esque ... Es gibt noch die Zeit. Das ist Super-Sion. Und das geht sogar über Super-Sion. W-Was hat gerade passiert? Wieso geht das wieder automatisch weiter? Puh. Ein stücklicher Busser. Er hat einen Busser. Warum? Wer bist du? Er ist... Saibonpunyukyayda. Tjiaozai Sevonpryyande. Okay. Was? Ist das Blumdao? Suho und Susu Maxwell. Willst du Kichyodor? Haben wir noch was zu futtern, Intus? Ich hoffe es mal. Oh Mann. Ähm... Auf wen gehen wir da? Ich denke wir gehen zuerst mal auf Presser. Obwohl das wahrscheinlich unser Ende sein wird. Aber wir versuchen es. Egal, das passt. Der Fladen fällt auf sie drauf. Puh, ich dachte es geht echt an ihrer Position runter. Ah, das ist uncool. Mal los hier. Hörst du auf einen Special Move zu machen? Das ist nicht fair. Das machen nur wir. Oh ja, jetzt zum Beispiel. Oder? Ja. Komm schon. Auf sie drauf. Oh, wir haben gleich wieder einen Gut. Ah, verdammt. Au, au, au. Bleib stehen. Ja, so ist fein. Triff. Oh, schade. Nur ein bisschen Schaden gemacht. Die haben sich verbunden. Witzig verarscht. Das ist ja uncool, dass die sich auch verbinden können. Ja, mach doch Schaden. Mhm. Komm wieder klar. Au, 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 au. Komm her. Das war falsch, das war falsch. Blitze. Ja, genau. Na los. Ja. Triff. Ah. Ich wollte gerade sagen, das da muss ja wohl. Es trifft, ja. Oh man, das war falsch. Das war... Aua, aua, aua. So, wie viel Leben hat sie denn noch? Okay, so viel hat sie noch nicht verloren. Oh, der macht einen Feuerzauber. Das ist... Schmerzhaft. Nein. Ah, sie kam dazu. Verdammt. Wieso brennen wir jetzt eigentlich noch? Ähm. Das... Boah. Geht das eiskalt durch die Verteidigung durch? Drunk des Lebens. Hörst du auf, wir sind krank? Wir sind noch am Aufstehen. Das ist unsozial. So. So. Ähm. Wir verbinden uns jetzt mal. Äh, das war leid und das war falsch. Oh, da kommt was. Dragon Klaas Klaas something. Hey. Hey. Uh. 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 Ja, okay. Das ist alles gut. Alles gut. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, yeah. Au. Ja, kommt mal ein bisschen auseinander, ihr zwei. Oh, das ist nicht gut. Äh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey. Hör auf mich mit einem hochhackigen Stiefchen zu treten. Das ist nicht fair. Au. Oh, cool. Das ging gut. Bam. Wir werfen die ganze Zeit ein Tipo auf sie drauf. Ah, TP. Ja, du kriegst definitiv TP. Und wir rennen ein bisschen hin und her. Ja. Nein. Nein. Au, 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 au. Oder auch nicht. Oh, ey, ihr Ärsche. Ah, was war das jetzt für ein Hin und Her gebagge. Ja. Mach einfach. Schmeiß ihn drauf. Yeah. Sehr cool. Au, 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 au. Das ist nicht so cool. Und, ne, alles ist, alles ist richtig. Du benutzt mal bitte ein Apfelgummi auf uns. So, und Blitze. So, einmal das. Und dann Feuerwirbel. Feuerwirbel. Gut. Und Tetra Element direkt hinterher. Und dann gucken wir, ob wir noch ein Feuerwirbel hinterher kriegen. Immerhin. Aber trifft wahrscheinlich nichts. Schön. Es hat ihn getroffen. Das finde ich gut. Was wir jetzt brauchen ist eindeutig. Ein Ananasgummi. Auch wenn wir mit Elise verbunden sind, brauchen wir das dann trotzdem. Au, au, hörst du auf auf uns rumzutreten? Gewinn dir mal ein paar Manieren an. Nein, du machst kein Wasser hier. Ah, wir haben nicht die Arte gezündet. Au, au, au. So. So, aber nicht. Na los. Ja. Schmeiß das. Hä? Ihr habt mir das weggenommen, ihr Pisser. Ey. Ich wollte ein Tipo draufschmeißen und ihr nehmt mir einfach diese Ladung weg. Falsche Richtung. Nein, so nicht, meine Liebe. Und zack, schmeißen wir Tipo drauf. Komm. Bäm. Stirb. Yeah. Au, au, au. So, den versuchen wir mal mit Tetra Element, weil der gegen Erde empfindlich ist. Oh, war das so ein Nighthawk Talon oder was? Dann willst du hier jetzt einen auf cool machen. Uh. Ey, geil, den haben wir voll unterbrochen. Au. Oh, oder auch nicht so ganz voll. Ah, gucken wir mal. Okay, war nicht schlecht, aber Tipo dürfte immer noch effektiver sein. Oh, yeah. Das nenne ich CC. Uh, jetzt sind wir zu nah dran. Au. Bam. Komm schon, wertvoll. Uh, Verteidigung. Okay. Blitze werfen, egal in welche Richtung. Okay. Okay, Tipo. Tipo ist episch. Definitiv. Ah, scheiße. Ich wollte ausweichen, aber es hat nicht funktioniert. Ey. Ey. Ich bin Maxwell. Ich werde nicht sterben. Oh, du Pisser, du bist gut ausgeglichen. Nein. Nein. Oh, du Karst ist flott. Weißt du das? Ah, ha, ha, ha. So, aber jetzt. Lightning. Ah, nein. Äh, Objekt. Jude, Ananas, bitte auf mich. Oh, ja, danke. Nein. Nein. So, würdest du mal stillhalten? So. Tipo fladen. Dann. Feuer Tornado. Oh, yeah. Im Sprung. Und direkt ein Tetra Element hinterher für dich. Und Feuerwirbel dürften wir wieder mal rausbekommen. Yeah. Dem reißen wir echt den Arsch auf, würde ich mal sagen. Au. Was auf. So, aber jetzt sind wir wieder dran. Volle Leute, Tipo Arsch, mitten ins Gesicht. Ah, Schande. Egal. Schlecht ist es immer noch nicht. Es ist wirklich ein sehr guter Skill. Und jetzt, wo wir so viel chainen können, ist es umso cooler. Komm, weg mit dir. Ah, nix da. Du hast nur noch 3000 Leben. Und wir brauchen wieder ein Ananas-Gummi. Auch wenn wir mit Elise verbunden sind. Was bist du empfindlich? Nicht Erde, naja. Hier, friss. Ah, du Arsch, hier, dann. Tipo beenden. Oh, nein. Sehr angenehmer Kampf. Und wir haben kein Essen mehr drin gehabt. Das ist schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich daran denken sollen, es hunderte Essen reinzuballern. Naja, Pech gehabt, sage ich da nur. Ich könnte es wieder machen, aber ich sage Pech gehabt. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht stoppen. Das ist Pech. Wie war das mit dem Hohen Russ? Was war das mit dem Hohen Russ? Was war das mit dem Hohen Russ? Wait! Don't try to stop me. No, look! I suppose our time is up. Running away again, Ilbert? It's because you ran last time that King Noctogall ended up the way he did. Jude und Leia haben ein Herzchen bekommen. Yay. Jetzt sind wir noch ein Revoluzzer. Okay. Warte. Wer hat den Level Up bekommen? Elise. Aber die ist doch schon... Moment. Okay, die ist schon so nah am nächsten Level Up dran? Die ist am nächsten Level Up so nah dran, wie Mila noch weg ist. Okay. Naja. Tragödie in Hamil. Ist es wahr, dass Hamil enttäuscht wurde? Ich bin überrascht, dass du dir interessieren würdest. Die Leute in dieser Stadt verletzten dich schrecklich. Es ist wahr, dass wir viel zufrieden waren. Aber es gab einen Mann, der uns Frucht gab. Und eine Frau, der mir auf mich putte, um mich zu schmerzen würde, dass ich nicht so schmerzen würde. Sie nicht verdient haben, dass sie horrible Dinge passieren können. Ich verstehe. Und eine große Schöne zu gehen würde so sehr schrecklich. Es war die Roshagal-Armee der Armee der Armee, richtig? Warum würde sie das tun? Ich weiß nicht. Es scheint, wir müssen nach Roshagal nachher wissen. Und mehr importantly, um zu verhindern, dass die Tragedie von Hamil nicht wiederum ist. Ja. Schmeißen wir wenigstens mal irgendwas zu essen rein, ne? Ah, da haben wir das 100% Futter. Erfahrung und geil. So, dann haben wir das mal gefuttert. Noch kommen wir klar. So lang wird nix verkauft, was interessant wäre, wie Eoliterz oder so ein Kram. Vielleicht brauchen wir es mal für eine Quest. So. Wir müssen hier durch. Anscheinend kommt hier jetzt jeden Moment wieder ein Event. Oder spätestens, wenn wir in Xiandu drin sind. Hm, das war eigentlich ein kurzer Aufenthalt in der Hauptstadt, ne? Hallo, König. Bam. Wir bringen euch um. Oder nehmen euch gefangen. Beide. Worte von unserer Verlustung in der Kapitale können uns beherrscht. Wie war es mit dem König? Wie war es mit dem König? Aufenthalt. Alvin? Sie sind auf einer Wild Goose-Chase in den Mountains, gerade jetzt. Sie haben sie aus unserer Scent? Ist das eine Art von Frieden? Was? Es ist nur natürlich, dass ich Sie helfen. Wir sind Freunde, sind wir? Komm schon, du glaubst mir nicht? Ich weiß, dass du dein Vertrauen in mir schon mal. Ich weiß, dass du einen Vertrauen wirst, um mir einen Vertrauen zu geben? Ich... Ich glaube nicht. Attaboy! Willkommen zurück. Ich bin froh, dass du sicher bist. Haha, danke. Du bist fast so ehrlich. Wenn nichts anderes, scheint, dass Alvin uns ein paar Zeit hat. Ich würde fragen, was passiert, aber ich glaube nicht, dass ich wissen will. Du Menschen sicher haben viel drama in deine Leben. Ich werde vor den Wyvernen. Komm, siehst du mich, wenn du bereitst, um fliehen. Ich werde dich, wenn du bereitst, um dich zu sein. Genau. Lassen Sie sich irgendwo in die Berge führen. Könnte, könnte möglich sein. Aber, na ja. Und dass wir Elvin so einfach wieder aufnehmen, wahrscheinlich um ihn im Auge zu behalten, denke ich mal. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt und was das Skitt hier sagt. Die merkwürdige, merkwürdig beliebte Carla. Hast du diese Carla-Person zu Rowan und Mila? Ja, ich habe es. Na ja, deine Begründnisse sind meine Begründnisse. Hör eine Frau an! Hier geht's. Okay, okay. Lass uns in Shandu gehen. Okay, wo finden wir sie diesmal? Und wir haben noch ein Skit, die Chimäriade. Hallo. Wir haben noch 120 Elit-Soldier. Aber die Räume sagen, dass sie von vier Fehlagenten entfernt wurden. Vier Menschen haben 120 Soldier? Sieht so aus, dass wir nicht den Gehirn wachsen sollten. Warte, warte! Sie haben noch keine Gefühle über mich, oder? Sieht so aus, dass du nicht der einzige. Okay, okay. Sieht so aus, dass wir drei von uns kamen zu Niakara? Und ich bin selbst weg? Die Zeit, dass ich aus meiner Schreine kam und Jude war der einzige da? Das ist das. Ich war mit Wingle. Okay. 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 Okay, so, wenn du uns in front of Gaius... Yep. Wenn ich dich da nicht beurteilen, dann würde ich uns nicht die Wyverns nicht mehr lassen. Das ist warum ich lieb und gesagt habe, dass du in die andere Richtung von Shandu fielst. Ich möchte dich glauben, aber ich kann nicht. Nicht noch. Das erinnert mich. Die Pressa-Woman, die wir in Kijar-Sea-Falls haben. Es war, dass du sie bereits kennengelernt hast. Was willst du wissen? Wer ist sie, wirklich? Wie können wir dich vertrauen, wenn du uns immer von uns schluckst? Hey, okay, calm down. Ich muss mich nicht schlafen. Du wirst du sogar wissen, was du uns durchführenst? Ich kenn sie, als ich arbeitete für Rache-Gall-Intelligence-Service. In der Zeit, sie war ein Arjul-Segret agent, in Fennmont gearbeitet. Und? Nachdem, wir wurden... mehr persönlich involviert. Du wahrscheinlich nicht mehr wissen, die Spezifizienste. Okay, ich glaube dich. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich nicht. Du bist so süßig, wenn du dich schluckst. Stopp' das. Ich bin immer noch einig. Okay, okay. Alvin, kann ich dir noch ein bisschen was? Natürlich. Tell uns, warum du uns hilfst. Was ist in dir für dich? Du fragst das jetzt? Weil ich liebe dich von dir aus, natürlich. Mehr Lies? Wie kannst du das überhaupt denken? Ich bin verletzt. Und damit ist es gut? Nebenquist, Hamil, was nun? Ja, das ist eine Nebenquist, mehr oder weniger. Ja, das ist eine Nebenquist, mehr oder weniger. Okay, Carla ist nicht hier. Da oben ist es. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Nee, da oben, da oben, da oben, da oben. Vielen Dank.